Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 26. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 490, heisst noch 10 Sendungen und wir haben die 500 geknackt. Die heutigen Themen sind Apple Maps, Grey Key, Markenbotschafterin, Suchfunktion, AVM und Game Pass. Ich beginne gleich mit dem Thema, was mich gestern Morgen aufheulen liess. Zumindest auf Twitter. Oh nee, auf Facebook habe ich es ja auch geschrieben, sogar auf LinkedIn. Denn Apple hat es endlich geschafft, in der Schweiz die ÖPN, also die öffentlichen Verkehrsdaten zu integrieren in die Maps. Das auf dem macOS wie auch auf dem iOS heisst, wenn ich, oder ja, ich war gestern oder heute, doch, nee, gestern war das unterwegs in Richtung Basel und habe da mir kurz was raussuchen wollen und plötzlich, schwupps, zeigt es mir auch die ÖV-Daten an. Heisst, ich muss ja nicht mal mehr rüber wechseln in die SBB-App für die Daten und das ist schon cool. Darauf habe ich lange gewartet und da hoffe ich doch jetzt, dass auch zum Beispiel City Mappers dann nachzieht, wenn die Möglichkeit jetzt hier schon gegeben ist. Wir dürfen gespannt sein, was sie auch noch gebracht haben neben den eben ÖV-Daten sind Indoor-Maps für den Flughafen Zürich-Kloten, mein Lieblingsflughafen und die, ja, in der Schweiz haben wir ja schon einen anderen, also Genf ist zum Beispiel schon da mit der 3D-Ansicht und eben neu dazugekommen ist Zürich. Wie das da ausschaut, wo Toiletten sind, wo die Passkontrollen etc., das könnt ihr ab sofort in virtuell nachschauen, bevor es dann zum, ja, Abfliegen geht für euch. Mögt ihr euch noch erinnern, im Sommer, im Frühling war das, glaube ich, kam Greykey zum ersten Mal aus. Das ist nun ein Werkzeug, so ein kleines Kästchen, an das man ein iPhone schliessen kann, also man ist in dem Fall der Zoll oder in den meisten Fällen die Polizei, die dann euer iPhone auslesen mag, wenn ihr dann Verbrecher seid oder einem solchen beschuldigt werdet, denn sie können damit den PIN-Code und Face-ID etc. umgehen. Das ging lange gut, bis jetzt bekannt wurde, dass mit iOS 12 Apple es wirklich geschafft hat, wie sie auch angekündigt haben, das Ganze auszuhebeln. Man kommt nur noch an ganz wenige Daten und vor allem auch an unverschlüsselte Daten, somit, ja, schaut, dass die Apps, die ihr nutzt, mit Verschlüsselungen arbeitet. Das macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich wird es da sicherlich auch bald mal ein Update bei Greykey geben und dann darf Apple wieder nachliefern, aber aktuell, wer geupdatet hat, ist auf einem feinen Zug und deshalb updaten. Markenbotschafterinnen, Influencer, wie man sie auch immer nennen mag, die, ja, bekommen in den meisten Fällen Geld dafür, dass sie dann ein Produkt loben, was sie in den meisten Fällen dann auch mögen und selber nutzen und immer wieder passiert es eben, dass es nicht ganz so ist. In Russland zum Beispiel ist passiert, dass eine TV-Moderatorin, dessen Namen ihr gerne selber nachlesen könnt, weil ich ihn nicht aussprechen kann, daily.geektop.ch, da sind die ganzen Links mit drin, die hat, eben, dürfte eigentlich für Samsung Smartphones Werbung machen, hat aber, wurde mehrfach neben ein iPhone gesehen, hat es sogar fertiggebracht, während einer Sendung ein iPhone zu nutzen, das dann noch mit Papier zugedeckt, sodass man es eigentlich hätte nicht sehen sollen und das hat natürlich die Leute noch mehr neugierig gemacht und da hat man rausgefunden. Die ersten Meldungen, die es dann gab und die auch gestern durch die ganzen Blogs und Newsportale ging, ist, dass Samsung mit einer Millionenstrafe vor Gericht gegangen ist. Samsung hat das zumindest dementiert. Von ihrer Seite her und ihrem Management gab es bis jetzt noch keine Antworten, aber Samsung überlegt sich natürlich sowas. Würde ich auch, wenn ich die Firma wäre. Leider gibt es das sehr, sehr häufig. Ich sehe das auch hier in der Schweiz immer wieder mal, wenn irgendwer, ja, ein Huawei-Fanboy-Girl, der eigentlich dessen Produkte nutzen sollte und dann im Tweet steht, Send from an iPhone, das gibt es immer wieder mal, ziemlich unschön. Oder wenn Leute, die von Cola gesponsert werden, plötzlich andere Getränke trinken, die eben nicht aus dem Hause Cola kommen. Ja, lieben Gruß an der Stelle. Windows hat die Suchfunktion deutlich aufgebohrt, Leider noch nicht für alle. Das Ganze passiert in der Beta-Version, also in diesem Insider-Build, wo man selber reintreten kann, um eben die neuesten Funktionen zu testen. Und da ist es jetzt nicht mehr nur so, dass ihr Dokumente, Bilder und Videos durchsuchen könnt, sondern ihr könnt zum einen nicht nur auf euren Rechenen oder auf eurer Partitionen, ihr könnt das Ganze jetzt auch auf anderen Partitionen suchen lassen. Plus die ganzen Dokumente werden indexiert, also so, wie es viele Mac-Nutzer schon seit einigen Jahren kennen, geht jetzt dann bald schon auch für die Masse. Ich hoffe doch, dass das dann ins April-Update reinkommt. Da könnt ihr dann einfach nach Texten oder nach Wörtern in einem Brief, die ihr wisst, der da vorkommt, suchen. Und die Suche spuckt euch nachher das aus. Das ist extrem bequem. Und somit ist auch das Einscannen von Papier deutlich einfacher, weil rein theoretisch müsst ihr den Namen gar nicht mehr vergeben. Das genügt als Scandatum oder den Namen, den ihr halt da vergebt. Ja, die Dokumenten werden dann anhand von den OCR durchscannten Dokumenten gefunden. Sehr, sehr angenehm. Wir bleiben bei Microsoft und die haben gestern schöne Zahlen bekannt gegeben. Sie haben 29,1 Milliarden Umsatz gemacht und ihr Gewinn liegt jetzt aktuell bei 8,8 Milliarden in diesem dritten Quartal. Und das sind natürlich schon schöne Zahlen. Vor allem sind sie um 19 Prozent gesteigert im Vergleich zum letzten dritten Quartal. Beim Umsatz, beim Gewinn ging es sogar um 34 Prozent hoch. Und das sind natürlich die ganzen Dienste, die sie damit unter anderem verkaufen, federführend und verantwortlich für die Gewinne, die sie somit reinnehmen konnten. Auch gab es Neuigkeiten zum Xbox Game Pass. Da hat sich der Chef Satya Nandela von Microsoft geäussert, dass der Dienst stark optimiert wird. Aktuell ist es ja so, dass ihr, wenn ihr einen Game Pass habt, da habt ihr circa 100 Titel drin, unter anderem auch die neuesten. Und das ist ja ganz spannend. Forza Horizon 4 ist da zum Beispiel mit drin. Ein Grund, weshalb ich das Spiel aktuell spielen kann. Denn über den Game Pass geht das. Und das funktioniert auf der Xbox grundlegend. Sobald es aber Play Anywhere Titel sind, kann man die auch auf dem PC spielen mit diesem Game Pass. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und ja, das soll sich in Zukunft ändern. Denn er meint eben, dass auch alle Titel auf dem PC spielbar werden können. Und dann wird es nochmals viel interessanter. Denn das Ganze kostet euch 9,90. Und damit habt ihr, wie gesagt, 100 Spiele mit drin. Und eben auch vor allem die neuesten Schlager von Microsoft. Und da lohnt es sich auf jeden Fall für das Geld, würde ich doch behaupten. Bei AVM gibt es ein Update für all diejenigen unter euch, die vielleicht mit Repeatern und der Mesh-Geschichte WLAN-Probleme haben. Das kann beim einen oder anderen auftauchen mit dem letzten Firmware. Da gibt es eine neue Laborversion für eben die genannten Repeater. In diesem Fall der 1160 zum Beispiel. Da gibt es, wie gesagt, eine Beta, also eine Laborversion, die ihr euch installieren könnt, die da dann deutlich stabiler ist, bis und mit sogar das Ganze komplett aufhängt. Aufhebt, nicht aufhängt. Wer also damit Probleme hat, sollte sich das Ganze anschauen. Wer wie ich bis jetzt kein Problem hatte, der soll es so belassen, wie es ist, würde ich doch behaupten. Zu guter Letzt kommen wir zu Stickers. Wir kennen sie von Telegram hat sie, glaube ich. Genau, Telegram hat sie zum Beispiel. Oder iMessage. Man kann diverse Stickers verschicken. Zum einen die Apple-eigenen oder die Telegram-eigenen. Und die beiden Messenger haben sich da geöffnet vor einem Weilchen und haben da auch Externe zugelassen. Da kann also jeder App-Entwickler und jeder sonst Kreative kann sich da ein bisschen was zusammenklicken und das Ganze veröffentlichen für Geld oder für lau. Das darf man natürlich immer selber entscheiden. Und genau solche Sticker hat jetzt auch WhatsApp rausgebracht. Man kann die jetzt nutzen, während des Chats ein gebrochenes Herz, eine lachende Teekanne usw. zu versenden. Kann die aber gleichzeitig auch in der Story von WhatsApp einbinden. Wer darauf steht, soll es nutzen. Alle anderen dürfen es sein lassen. Das waren es, die News, die ich heute für euch bereit habe. Und da es schon Freitag ist, heisst es für mich, euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Freitag noch zu wünschen und dann euch in ein angenehmes Wochenende zu bringen. Ja, genießt das Wochenende, erholt euch fleissig. Für diejenigen, die arbeiten dürfen, do it, do it, besten Dank euch allen. Und ja, wir hören uns wieder. Nächste Woche ist dann der Achim wieder für euch da. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.